Hier kam aber vorhin irgendwie Kopfschirm vor glaube ich Oh der hat mich fast überholt, echt jetzt? Jawohl wir haben umgedreht oder? Geil Scheiße So jetzt haben wir hier noch ein bisschen Nitro Aaaaah kurve So ich versuche jetzt mal ein bisschen weniger mit der Handbremse zu fahren und das klappt doch bis jetzt ganz gut Ui Jetzt werde ich gerne eine Rücksetzt-Taste haben Ich muss nochmal anschauen nachher wo man das einstellen kann Also es gibt doch bestimmt so eine Zurücksetzt-Taste Das glaub ich jetzt immer Ich weiß nur noch wo du siehst Och ne jetzt haben wir das wirklich auf den letzten Metern verloren Egal wenn man halbwegs gut unterwegs Damit kann ich leben, dass wir das jetzt verloren haben Jetzt ohne Scheiß, damit kann ich leben Mein Gott leckt das Alter Schwede Warum eigentlich? Ich hab gar nichts geändert an den Einstellungen Ah warte mal, ich hab einen kleinen Verdacht Warte mal einen Moment Anzeige Ne Grafik ist aber richtig Hm, komisch Ähm, was machen wir da jetzt in Rennen noch einmal? Also Man rennt halt hoffentlich in der Nähe irgendwo ist Irgendwie sollte hier in der Nähe ein Rennen sein, okay Aber das ist wahrscheinlich das, was man schon gemacht Ne, das haben wir noch nicht gemacht ne? Ne Ja, dann komm, versuchen wir mal ein schweres Rennen Ich mein das ist im Endeffekt eh egal Ist da noch ein Auto gewesen? Ja Das haben wir hier noch im GT40 freigeschalten Sehr schön So, jetzt aber Ich hätte gerne dieses kurzes Getriebe, um ehrlich zu sehen Das wäre geil Weil ich denke schon, dass der Karre hier richtig viel bringt Ah, da ist das Rennen hier schon wieder, ja Ich erinnere mich, da hatte ich Probleme mit dem Verkehr Ich hab wirklich das Gefühl, das wird dieses Nitro schon viel bringen, ey Da muss ich jetzt aufpassen, da kommt natürlich ne ganz hässliche Kurve Im Moment läuft es So, hier ist ein Mclan, MT4 Ah, da trennen wir die Bühne kommen, hier an der Stelle okay So Ich hoffe jetzt einfach mal an der Stadtteil nach Hause fahren kann Ich hoffe die Bullen sind jetzt nicht allzu sehr auf mich fixiert Das wäre ganz schön ärgerlich Jaja, überprüft ihr mal, hauptsache geht mir nicht auf die Eier Das war irgendwie mein ITRO, mein Nitro einsetzen Ich hab euch schon einen Moment gedacht, ich wäre falsch gefahren Das war schwierig, sich Kontakt zu einverdächtigen Loll haben sie grad hier Polizisten, also die Polizeihautos gebeamt irgendwie, kann das sein? Toll, jetzt bin ich deshalb zweiter, äh dritter, vierter im Ernst Oh Frank, und jetzt kommen auch noch die Typen, na ne, das gibt es doch gar nicht Natürlich haben wir es drauf, war ja eigentlich ja nicht Das ist nur die letzte Aufnahme denke Aber doch, dieses Nitro bringt in dem Rennen schon verdammt viel, da muss man schon sagen Hier muss ich jetzt ein bisschen bremsen, da kommt gleich schon diese hässliche Fahre Das sind echt scharfe Wagen, wir machen hier nicht nur eine Spritentour So Mein Gott, da rammen die mich schon wieder weg, wie ich weiß nicht Ja, das ist gut Leute, ey, übertreibt das nass Okay, Verstärkung umbleiben, er hat die Straße verlassen Ah, die sind ganz schön aggressiv draus, die Typen, das muss man ganz klar sagen Wieder zurück auf der Straße Boah ey, da hat man ja gar keine Kontrolle, wenn die einen rammen Das ist doch für'n Arsch Ja, ich glaub, die hierte Passage, die kann ich ganz gut Da hab ich mal ein bisschen zweit rausgerückt Tja, da wollen wir grad fahren Weiß man selber nicht, wo ich hinfalle Sichtkontakt, aber Zentrale brauchen Verstärkung oder wir sind dieser Raser los So fernreicher Cliff sogar, wenn ich außer Sichtweite bin, bei denen im letzten beschäftigt bin, vielleicht kann ich schon nach dem Rennen, um die direkt loswerden, wer weiß Da vorne ist jetzt noch ein Kontrollpunkt Muss durch die Tankstelle fahren, dann krieg ich volles Nitro Genau Kann ich schon hier einsetzen Und wir haben's gewonnen Jawoll, ein schweres Rennen gewonnen Geil Und wir haben wirklich gute Sachen freigeschaltet Cool Richtig cool So und wir haben den Most Wanted freigeschalten Aktivieren 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 Aber jetzt muss ich nur noch die Bullen ab Ja Einfach die Bullen irgendwie ab Ab Alter Die Bullen loswerden So Alter Stehe ich so voll auf der Leitung Äh Leitung Ähm Da ist ein Maserat Ähm Maserat gegen 1. Martin So jetzt hier ein Nitro und Schüsse Alles klar Bullen Alles klar Mach ich auch jeden Fall So Fahndung ist leider gestiegen Das ist nicht so toll Nein Nicht schon wieder in Bio wäre schön Das ist so Komm jetzt durch Ja komm Ah meine Fresse meine Fresse So Ah Tiki Die können wir glaub ich relativ schnell loswerden Aber hier ein bisschen durch Wehen wir einfach durch Ui was war das denn? War das ein M3? Hä? Na gut weil jetzt bin ich gest... Ich hänge fest ne? Warte mal äh Einstellungen Äh Steuerung Controller Spiele Spotten Spiele spotten Spiele spotten Kamera wechseln Eeeh Nein Das scheint nicht möglich zu sind thu Mich zurückzusetzen Ok, dann hänge ich jetzt hier fest Ok, ich bin jetzt festgenommen worden Ich denke, auch die Halle würde hinten wieder auf sein und dann könnte man da einmal durch aber das war nicht der Fall Aber ich würde jetzt noch gerne da drin fahren, wo ich diese anderen Reifen kriegen Hier, dort rennen wir dann ich gerne mal fahren Das fahren wir auch noch schnell und dann fahren wir den Most Wanted Das meine ich damit Ich fahre hier um den Eck und dann kommt direkt ein Verkehrsteilnehmer entgegen und ich kann gar nichts machen Ich habe keine Zeit zu reagieren Weiß nicht Und das war jetzt Ok, jetzt war ich einfach nur Unfähig Jetzt gebe ich zu So, zwei Kilometer Ich hoffe, wir begegnen wieder keinen Bullen So wie vorhin Die fangen ja zum Glück nicht zu viel in der Stadt rum So, mal gucken wir uns halt nach, wie die jetzt hinlenkt Hier hoch Boah, wie viel Unfälle baue ich eigentlich noch So, aber wenigstens habe ich die Aussage noch gekriegt Wollt die mich trollen Also, ich hätte gesagt, ich muss jetzt hier direkt wieder runter fahren So, hier ist wieder der Fokus, ne? Genau So, sauber Und hier ist dann das Ganon Hier kriegen wir reinreifen und leichte Chassis Eigentlich sehr cool Und, äh, ja Los Überspringen Hä? Das ist ein Bullenrennen oder so Schüttel die Cops ab, okay Ach, ich bin, dass die Cops in so sehr viel Sekunden, äh Abschütten, oder wie Oder Minuten, oder auch immer So, ich werde jetzt versuchen Ne, ich bin einfach voll auf dem Gas drauf So, ich bin mal die Stadt Die Führungseinheit, zentrale einsam und eskaliert Die bräuchte ich doch jetzt eigentlich ein bisschen Zeit für umzudrehen, ne? Derzeit kann ich mich doch abmachen